Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Strategic Command, World War II, War in Europe. Wir sind in Russlandkrieg. Jetzt die dritte Runde. Wir sehen hier Gegenangriffe der Russen. Umgruppierung bei Leningrad. Wir haben uns ja letzte Runde zurückgezogen in Nordafrika und der Brite rückt vorsichtig vor. Ja. Das ist auf der einen Seite gut, dass er nicht unsere schon angeschlagenen Einheiten in Nordafrika wieder angreift. Wir kriegen zwei Garnisionen, das ist wunderbar. Beide kann der nicht gleich mal setzen. Ja. Irgendwo hier hin. So. Ja, wir haben uns ja zurückgezogen hier. Und es ist ganz gut, dass er auch vorsichtig vorzieht. Er lässt sogar den Ort frei. Hat da scheinbar erstmal genug. Wir haben immer noch Probleme hier mit dem Nachschub von den Häfen. Die regenerieren sich irgendwie nicht. Diesmal habe ich irgendwie keinen Angriff auf die Häfen gesehen, aber trotzdem, sie hätte ich eigentlich erwartet. Wahrscheinlich war der Ort auf 3 gewesen in der Runde. Habe ich es nicht richtig gesehen. Ähm. Aber solange das so ist, haben wir keine Chance, unsere Armee runterzukriegen. Wir brauchen die unbedingt unten. Wir haben nur noch eine. Aber wir können jetzt erst einmal hier Upgrades fahren. Schade, dass die, ähm, dass wir die, ähm, die Luftabwehr noch nicht haben. So, dann werden wir den Deutschen hier verstärkt. Der kann nicht verstärkt werden, ist der so schlecht versorgt. Nächste Runde kriegt er mehr. Ganz schön viel hier, was hier, ähm, zerbombt ist. Das ist auch dieses blöde Malta-Event. Das ist wirklich, wirklich, wirklich nervig. So, beides sind, äh, Flieger sind aber, dann nutzen wir auch mal hier die Gelegenheit, um, das kann ich wahrscheinlich dann auch nicht, auch das darf ich komisch, das Arme, dann werde ich wenigstens 5 haben. So, und hier, er kriegt auch nochmal Luftwaffe. Die Italiener sind jetzt schon wieder ganz schön bedient. Hier warte ich nochmal ab, weil ich glaube, ich habe ein, ähm, wichtigeres hier zu upgraden, nämlich hier noch einen Core. Und bei der Italiener hebe ich mir jetzt erst nochmal auf. Ähm, vielleicht finde ich noch was, ähm, auf der anderen Seite, das Core hat jetzt schon mal 1 Waffen, das geht eigentlich, wenn ich den sowieso irgendwo hinten lasse, als Garnition oder als Rückenbüßer, dann... Ja, reicht das eigentlich auch. So, ich würde das hier eigentlich gerne offen lassen, aber wenn ich das offen lasse, dann... Wegen den Partisanen, ne, weil die haben ja 1, 2, 3, 4 Partisanen. 2, 3, 4, mit dem hier sogar 5. Ich würde das hier irgendwie versuchen offen zu lassen. Ich weiß halt nicht, was passiert, wenn wir jetzt hier Pryansk oder sowas, oder Aurel ein... Nein, nein, wir müssten da schon... Ja, das müssten schon hier Aurel und Pryansk einnehmen, ansonsten, ähm, passt das gar nicht. Ich will ja auch verhindern, dass er da irgendwie, ähm, eine Gegenoffensive startet. Und solange die Eisenbahn dann nicht komplett abgeschnitten ist, geht das nicht. Das heißt also, wir müssten hier einen reinstellen, Slomensk erobern. Das ist schon ein wichtiger Knotenpunkt hier, ne? Hier gehen ganz schön viele Straßen zusammen. Ich kann den wieder bereit machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich würde aber auch mit dem Panzer das nächste Mal da rein... an können. Dann werde ich hier hinstellen. Und breit machen. Oder hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das reicht nicht. Und hier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Reicht auch nicht. Gut, ähm, ich fange schon wieder an, viel zu sehr zu springen. Ähm, gehen wir mal strukturiert vor. Ähm, Nordafrika haben wir jetzt, glaube ich, so gut wie... Jetzt gehen wir mal kurz zurück. Da haben wir, glaube ich, alles erledigt, was wir können. Können die PAK noch. Und den Bomber noch. Und das machen wir auch. So, alles andere bleibt so, wie es ist. Und solange die Häfen hier noch nichts, ähm... Solange es mit den Häfen hier so ist, äh... Da können wir nicht viel machen. Wir müssten auch mit den Italienern eigentlich, ähm, noch eine Armee kaufen. Haben wir nicht noch eine in der Produktions-Plotline? Haben wir nicht. Ja, wir müssten eigentlich mit den Italienern auch, äh, nachkaufen. Aber da die jetzt erstmal die Expansionsarmee, die Expeditionsarmee, meine ich, ähm, gekauft haben, dann dauert das ein bisschen, bis die wieder Kohle kriegen. Weil hier hätten wir eigentlich zwei, nur zwei, eine Einnahme, also sozusagen verloren. Ähm, können nur noch zwei vergünstigt kaufen. Ja. Gut. Dann Leningrad. So, also ich glaube... Damit hat er auch nicht gerechnet, dass wir so schnell hier stehen. Weiß ich natürlich nicht. Ähm... Klingt eigentlich hässlich wenig, ne? Vor allem, wenn ich die runterbombe, dann... So, aber hier kriegen wir jetzt sehr, sehr schöne Werte. Dann tun wir das Chor da einschließen und gehen neben hier die Eisenbahn schon mal mit. Wie weit kommen wir mit der Armee? Gucken wir, mit der Armee kommen wir bis hier hin. Wenn wir die Zone of Control irgendwie wegkriegen. Das wäre doch was. Mit dem Chor. Wenn ich meine, das hier weg ist, dann würden wir auch mit dem Chor hier noch weiterkommen. Also ich würde sagen, wir machen mal den Auftakt mit dem hier und holen die Verschanzung raus. Dann machen wir hier weiter. Das hat richtig gezogen an. Da steht die Flag. Und die hat natürlich auch nochmal eine Zone of Control. Wir kriegen das hier nicht hin mit dem Chor. Wir müssen... ...da doch ein bisschen vormassieren. Hier kommen wir gar nicht ran. Das habe ich schlecht geplant. So, das Schöne ist, dass er seine Luftabwehr hier hat. Nutzt ihm dann hier nichts. Aber mir nutzt das auch nichts, weil das hier nämlich ein... Doch, das ist ein taktischer Wummer. Okay. Die Frage, machen wir jetzt erstmal den Blatt hier. Der in der Festung steht. Oder gehen wir gleich auf Leningrad. Also diese Runde schaffen wir es noch nicht. Das ist ja unrealistisch. Wahrscheinlich mache ich aber das hier schon mal. Wenn wir den dann zurückziehen und vielleicht nochmal... ...scharf machen. Also scharf machen. So, breit machen. Dann können wir eventuell den... ...die nächste Runde da reinspringen lassen. Falls da nichts steht. Die würde ich ja gerne einkesseln hier, wenn es irgendwie geht. Nochmal. Also die hat er erstmal frei gemacht. Das ist erstmal sehr, sehr freundlich. So, jetzt müssten wir doch eigentlich nur nach... ...nach Garage... ...nach Garage kommen. Dann werden die hier abgeschnitten. Das heißt also, es wäre eigentlich cool... ...wenn wir die drei Einheiten hier runter boxen. ...die ist nur eine Eisenbahn. Das ist doch, das ist auch eine Straße. Aber egal, wie wir es drehen und wenden, da kommen wir nicht hin. Diese müssten wir eigentlich abschneiden. Wie viel hat man denn da in Supply? Drei. So, hier wollte ich nicht rein wegen den Partisanen. Wir müssen aber die Kreuzung hier einnehmen. So. Ist auch niemand dran. Nehmen wir es trotzdem. Weiß es nicht. Eigentlich wäre es ganz cool, wenn da noch jemand rein stellt. Leiden wir ihn hier ab. Erstmal die Kreuzung besetzen. Dann können wir den nämlich auch hier hochziehen. Eins, zwei, drei, vier. Da kommt der nicht rein. Würde ich mal behaupten. Der hat dann doch doof, ne? Wenn er es doch schafft. Gut. Ich bin immer noch sehr unten. Das müssen wir machen. Und der kommt auch weg. Irgendwie. So. Ja, der hat den Ort genommen. Ne? So. Aber ich möchte mit dem hier unten ran. So. Muss ich mal den HQ auch noch irgendwie schützen. Eins, zwei, drei, vier. Der wird aber nur noch drei haben. Das nächste Mal. Eins, zwei, drei. Kommt er da trotzdem dran. So. So ein Blödsinn jetzt echt. So. Gut. Der hat aber eine Verschanzung von. Der hat aber eine Verschanzung von zwei. Also nächste Runde drei. Ich lasse es mal drauf ankommen, dass er das Hauptquartier knetscht. Lieber möchte ich mich hier ran stellen. Lieber möchte ich mich hier mit der Armee ran stellen. Vielleicht haben wir den jetzt dann einen Supply da. Das ist aber auch wieder... Ah, das ist ja wieder... Ja. Ja. Ich muss lieber so. Lieber fünf Supply als... Irgend so ein Dreck da. Gut. Dann hier. Das machen wir auf jeden Fall. Jetzt können wir uns aber nicht mehr bereit machen. Wahrscheinlich haben wir gekämpft. Nee, weil wir kein Supply haben. Okay. Okay. Könnten auch der Flag des Entrenchment wegschießen das nächste Mal. Wie lange haben wir denn? Wir haben Shells. Wir haben volle Shells. Also einmal schießen wir. So. Jetzt kommen wir bis hierhin mit dem Panzer. Und das müssen wir dann auch machen. Weil die Armee muss weg. Ach so, liebes Lieschen. Ja. Was ist denn da los, dass wir so schlechte Werte haben? Der kommt gar nicht erst dran. Ja. So, jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Nicht, dass wir jetzt hier in der Falle sitzen werden. Dann nehme ich jetzt hier noch eine Armee hat. Und den Panzer. Und jetzt muss ich wirklich aufpassen. Wenn ich jetzt hier die Leute rein stelle, nicht, dass die von drei Armeen angeschossen werden können am Ende. Das wäre vielleicht ein bisschen too much. Da haben wir nur einen Panzer hier oben. Oh, da haben wir zwei abgezogen. Das ist ja der Wahnsinn. Oh. Wir könnten hier sogar Schaden machen. Mach ich das dann doch. Ja, genau. Und auch schon hier die Kontrollzone damit beseitigt. Was haben wir hier? Clear. 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 ich hab ne FFV Versorgung 5 das ist halt doof wenn ich ihn hier reinstellen würde dann würde der hier drum herum ne Zone of Control machen allerdings könnte er auch von allen angeschossen werden und wenn er dann wieder Glück hat ich mach's lieber mit dem hier die Frage ist halt auch was für ne Versorgung ich da hinkriege das nächste Mal hier ne 8 hab aber hier ist halt Sumpf und sowas ne also das hier ist ne das ist clear das ist auch clear das heißt wir hatten hier ne 8, 7, 6, 5 oder hier 8, 7, 6, 5 das ist egal das Tränen und Wänden das kommt auf nicht viel mehr drauf 1, 2, 3 5 hat er ne 4 hat er nur weil er zu wenig Supply hat kommt er noch weiter 1, 2, 3, 4 kommt nur bis hier hin ok ok müssen wir machen der hier kann er in den Ort hier ziehen auch nicht ne hat 5 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5 eigentlich noch bis hier hinziehen oder bis hier hin müsste aber geboostet werden von dem hier ok ist halt mit dem Sumpf hier das ist echt blöd problematisch da kriegen halt die anderen Felder hier drumherum einfach immer schlechte Werte also wir hätten es hier ne 5 kriegen wir noch irgendwas rangezogen hier vorne wir haben auch noch 5 also das wird dieses Mal nix mit mit Leningrad und das nächste Mal wahrscheinlich auch noch nicht also die Finnen machen hier halt ein bisschen Druck ich krieg da noch hier versorgen der ist noch gar nicht abgeschnitten eieiei das heißt er kommt da dran gut damit müssen wir jetzt einfach leben dass er da dran kommt ich könnte noch ne Garnition runterziehen für kurz aber dann ist hier wieder keine Versorgung ich lass es so stehen der muss sich verteidigen einmal gegen hier gegen so einen wird es halt auch nicht angeschlagen der hat auch gute Werte noch können wir den erreichen das hier verhaut man nix vielleicht ein bisschen zu wenig Luftwaffe mitgenommen hier ok also hier haben wir ne 6 das ist eigentlich zu schade um das für den Fallschirmjäger zu zu verbrauchen so dann stellen wir mal hier die Armee rein die Raygun bleibt da stehen und er hier könnte mit dem Fallschirmjäger tauschen oder wir stellen das woher hier runter stellen den Fallschirmjäger da runter stellen hier den Panzer rein dann die andere Armee stellen wir welche direkt davor mit Moralschäden aber dann halt vorbereiteter Angriff und so weiter und so fort wird danach aber kein ach du liebes Lieschen ich hoffe mal dass der General sich das dann holt dass die beiden das wir müssen das mal hier ein bisschen touch ja das hätten wir vorher machen müssen ach sch So dann machen wir das so, der hier kommt in den Sumpf, ach du Liebesläschen, ich glaub der Panzer muss halt doch sterben, weil sonst ähm, sonst könnt ihr mich hier abschneiden. So dann machen wir das so, der hier kommt in den Sumpf. So, da haben wir die Armee zumindest schonmal so ziemlich rausgenommen, ähm, wenn wir jetzt noch, können wir uns ja leider nicht bereit machen, aber wenn wir jetzt noch, ähm, ne, hab ich mit dem noch ein Dings gehabt, ne, ah, gut, hier haben wir noch diesen blöden Hafen, den hab ich vergessen. Ich hab ne Idee, wir geben hier das Geld aus und damit, ähm, sind auch die Armeen, sind auch die Armeen im, sind die, ähm, mit versorgt. So, er hier geht mal runter, wir wollen mal ein bisschen die U-Boote da unten ärgern. Wird auch noch ein bisschen dauern, bis wir das, äh, geschafft haben. Hier sind jetzt keine Zerstörer mehr, die sind einmal hier und einmal da. Ähm, wenn wir den schonmal, ne, die schonmal wieder, ähm, auf Vordermann bringen. So, den hier brauchen wir jetzt hier eigentlich nicht mehr. Da oben sind noch Partisanen und ich will auch den Ort noch ein bisschen decken. Hier kann er ja gerne einen reinstellen. Geht denn dann woanders, so. Jetzt hier. Klomensk. Warte, was haben wir denn hier am Versorgen? Sechs und trotzdem kriegen wir nur eins hin, weil der halt so viel Verschanzung hat. Aber guck mal hier. Steht dann halt so ein bisschen im Wald, ne? Die würden wir hier auch abgeschnitten kriegen. Das heißt, wir nehmen ihn, um das hier zu machen. Jetzt haben wir keine Aufklärung da. Doch, wir könnten das hier machen. Und dann mit würden wir ja auch das Gebiet erobern und hätten sofort... Das machen wir auch zuerst. Boah, das hat ganz schön wirkt. Okay, jetzt haben wir es nicht gemacht, da steht, äh... Da steht, ähm, na, meh. Aber was wir machen können, ist den hier hin fliegen zu lassen. Boah! Ist da niemand mitgeflogen? Was ist mit dem? Ach du liebes Lieschen. Okay, das war natürlich jetzt, ähm... Boah! 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 Drei. Das ist dem zu weit. Nein. Na, das wollte ich nicht. Da sollte er hier... Irgendwie reinfliegen, um den zu triggern. hat er das wehgetan kommt jetzt nochmal zweimal geflogen hat er, der hat Luft, der hat Luftkämpfe ähm, hat er Luftkampf erforscht aber egal, der General ist weg ja, der falsche Miege das ist bitter, der wird drauf gehen das ist bitter aber egal lässt sich, war ein ganz guter Tausch dann nichtsdestotrotz so, Slumensk belagern wir es runter oder was machen wir der kommt nicht dran die Kontrollzone weghauen damit könnten wir halt auch hier ähm zumachen das ist die schöne 7 die machen echt nicht viel gegen die was hat er hat er eine Verschanzung 3 ich will ihn wieder zurückziehen ja lassen wir ihn hier hin das bringt eigentlich nicht viel leider so guck mal das macht 0-0 Okay, 0-0 ist 0-2 Teuer 0-1 Wir haben noch super Werte hier Okay Also die Anti-Air, die wird rausgehauen, weil Habe ich keinen Bock auf die Jetzt haben wir jetzt noch irgendeinen, der fliegen kann Der hier, 1-0 Ach Oh, guck mal hier, das machen wir doch zuerst Wir haben nämlich auch hier Schaden Immer noch 1-0 Aber die Verschanzung muss einfach runter Die Moral muss auch runter Der ist noch nicht halt unter Nein Ach, die Eisenbahn geht hier Ja, verdammt Das habe ich noch nicht abgeschnitten Na gut Das ist nicht schön Aber das machen wir dann das nächste Mal Ich würde sagen, dass wir diesen Ort hier doch einnehmen Um die Flanke hier oben zu sichern Was soll er denn haben? Ich glaube nicht, dass er noch viele Einheiten hat Die er da Irgendwie verbraten kann So, wir könnten ihn jetzt nochmal Das haben wir ja schon gesagt Sind wir noch gar nicht Erstmal hier fertig machen Das geht da noch gar nicht Eieieiei Na jetzt werden wir Erstmal eine beschissene Versorgung haben da unten Na bravo Das machen wir mal so, dass wenigstens Wenigstens dieser Italiener mitfliegt Das nächste Mal Na der müsste ja auch hier So, wir rücken die Flieger mal alle auf Partisan Können wir schon mal ein Chor gebrauchen Noch hier oben Dann darf der Italiener sich um die Partisanen kümmern Hier bei Polotzk kommt er rein Dann ziehen die Italiener nach Ach guck mal, hier ist ja noch ein Ort Dann kann der Italiener den vielleicht doch boosten Ich bin trotzdem jetzt natürlich mager Ach, hab ich jetzt Aaaaaah Gründenfehler gemacht Moment da mal Aber die Italiener haben jetzt kein Geld mehr Dumm gelaufen Dumm gelaufen Wir müssen uns halt noch ein bisschen gedulden Trotzdem Wir sind erst im August Mitte August Ähm Das ist trotzdem gut Das ist trotzdem ein guter Fortschritt Es hätte sich hier besser laufen können Bisschen Unkonzentration jetzt dabei Gewesen Bisschen blöd gelaufen Aber Nicht desto trotz Das wird trotzdem Ähm Da wieder so Das geht jetzt nicht besser hier Nehm ich den Ort ein Oder nicht Kann nicht widerstehen So, wir haben alles gemacht Ähm Heeresgruppe Mitte ist auch gemacht Wir stehen Oh Slomensk ist so gut wie gefallen Hier kann er eigentlich Ja Könnte noch evakuieren Das ist das Das was schlecht gelaufen ist Das kann ich auch nicht mehr verhindern Aber sollte er Nicht evakuieren Sind die Einheiten Ähm Weg Gehen wir zur Heeresgruppe Süd Sehr gut So hier werden wir den Fluss überqueren Bräuchten wir eigentlich noch jemanden hier unten Der gründet sich mal ne Pause Da unten bräuchten wir eigentlich noch jemanden Die kommen auch so überhaupt nicht voran ne So Hier zieht schon mal ran an die Städte Du sorgst Für bessere Versorgung So er hier ist abgeschnitten Der hat jetzt noch Fünf Sind das tolle Ergebnisse Wenn ich ihn hier hinstelle Dann schneidet er mich halt oben ab Großartig Supply hat er nicht Er könnte hier hinziehen Falls dort keiner steht Könnte aber auch er hier machen Und er macht sich bereit Schon verlockend irgendwie ne Der würde mich dann abschneiden Damit würde Der Panzer wieder ausfallen Aber das Hält er wahrscheinlich sowieso Wird auch angegriffen werden Dann würde er aber hier die Städte freimachen Das wäre dann Also klein kriegt er den aber nicht Mit zwei Mit nem Core Und ner Armee Gut ich weiß nicht was er hier In Hakkow noch stehen hat Ist denn überhaupt die Strategie Wo wollen wir hin Also unsere ganzen Akkus die stehen noch Ziemlich im Wald Brauchen hier unten dringend noch Verstärkung Das kann eigentlich nur der Ungarn Leisten Hier haben wir aber Partisanen Die unangenehm sind Was wir schon machen könnten Da haben wir kein Da steht nicht auf der Da steht nicht auf der Bahn Mal schauen mal Okay wie weit kommen wir mit dem Akku Nicht upgrade Mal mit dem hier Da hat ja schon Also unten stehen wir ja schon mit dem Mit dem rumänischen Akku Dran Da müssen wir uns nicht noch Näher ran Wir könnten das Deutsche Akku Mit dem Motiv Bis hier nach vorne bringen Den nach Kiew Wie viel hat denn Kiew gerade Sechs Sechs Sehr gut Äh als würde ich mal gerne wissen Ob da jemand drin steht Jetzt haben wir hier Partisan Okay da steht niemand drin Das heißt er hier stellt sich nach Kiew Dann könnten wir den Deutschen bis hierhin stellen Den hier So naja das schafft er natürlich nicht mit der Bahn Aber bis hierhin könnten wir ihn stellen Dann hätten wir das nächste Mal hier eine schöne Acht So der Panzer Darf sich dann Acht Sieb Sechs Bis dahin bewegen Der Panzer Darf sich dann Was haben wir denn da auf den Feldern jetzt noch Fünf Kann man da sechs Mich hierhin bewegen Die Flugzeuge dürfen sich auch bewegen Die Armee Zieht mit Eigentlich müssen wir den Ort nehmen Weil Ich hab Angst wegen der Flanke hier Lieber mitnehmen So einer muss auch da rein noch Das machst du Ich hab sie lieber in der Versorgung drin Als Aber ein Fünfer wäre auch nicht schlecht Falls er da nämlich Dann doch nichts stehen hat Und so kommen wir auch noch ein bisschen voran Guck einmal an Dann kommen wir doch weiter hier Vielleicht Das hab ich jetzt natürlich Blöd gemacht Ich hätte einen Panzer hier lang ziehen sollen Die müssten jetzt außen rum laufen Die kommen nicht mehr so weit Hier müssen wir auf jeden Fall abdecken Dann hast du hier mit Dann hast du hier mit Ich würde halt die Ich würde halt die Flak so gerne hier ran stellen Ah die Flak sag ich Die Artillerie Ich weiß auch schon wie Das ist okay Das ist da So 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 Und Das ist ein bisschen riskant Aber So Die 10 hier Die bringt mir glaube ich Jetzt auch Nicht mehr so viel Oder Wobei wenn ich ihn hier ran stelle Kann er dann angreifen Vielleicht Wenn ich Pücher habe Das lassen wir dann doch lieber So Er geht Hier runter Unterstützen Brauch noch für die Partisanen Hier jemanden Hätte ich mir vielleicht Vorher überlegen sollen Das ist ein bisschen Das ist ein bisschen Das Problem ist, der macht dann halt immer alles gleich kaputt hier. Wir würden noch versorgen von hier unten. Nee, würde ich nicht kriegen. Also die hier oben ist wichtig. Wieder keine Luftunterstützung, wenn er da wieder einen Jäger hat. Dann wird es nächste Runde eventuell wieder blöd. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Wir kommen da sowieso nicht ran. Also wir müssten dann, wenn dann hier stehen, dann kann er mich aber hier angreifen. Kommt der überhaupt dran? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Da kommt der auch nicht dran. Dann lassen wir das am besten gleich ganz sein. Das stellen sie lieber irgendwo hier hin. Weil ich auch nicht weiß, was da von oben kommt. Mir ist das einfach jetzt ein bisschen zu riskant. Ich will die Versorgungslinie nicht jetzt gleich verlieren. Und ähm. Machen wir es so. Und mit dem Panzer will ich noch was machen. Wenn ich ihn hier instelle, wird er abgeschnitten. Und dann in der ersten Frage, Und dann ist das alles. Und dann kann er nicht mehr so sein. Und dann kann ich das auch mal gucken. Also wenn du das noch einmal hast, Und dann hat das jetzt noch mal geschafft. Also wenn ich mich noch mit der Hölle aus demzessualden. Und dann kann ich das auch mal beantечение. Und dann kann ich das auch mal machen. Und dann kann ich das auch mal machen. Ich drehe das. Und dann kann ich das einfach mal组de. gut, machen wir das so ähm ihr könnt jetzt natürlich hier wieder ähm die ganze Sache zumachen, aber steht der Panzer wenigstens hier in der Versorgung und kann nächstes Mal richtig mitkämpfen und das ist mir lieber als vielleicht können wir noch irgendwas hier mit denen machen einen Sumpf nicht wir könnten sie vielleicht bringt das was ne brauchen wir unten Unterstützung ich denke mal eine bisschen schnellere Einheit und eine deutsche Einheit könnte nicht schaden noch da unten ein bisschen mitmacht und du schließt dich hier dem Vorstoß an so hier haben wir die Partisanen gedeckt da müssen wir das nächste Mal Garnitionen hin tun wir kriegen noch Garnitionen noch zwei nächste Runde ja der Vorstoß war jetzt doch ist doch ein bisschen in Stocken gekommen weil 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 natürlich ähm Versorgungslage hier nicht so perfekt ist vielleicht stelle ich den doch hier hin und ihn hier hin eins zwei drei hätte aber allerdings hier freigegeben und die Einheit hat jetzt auch nicht mehr so viele so viele Werte riskieren das steht ja auch im Ort wenn wir ihn hier ranziehen haben wir hier eine bessere Versorgung dann geht das nächste Runde dann auch ein bisschen besser ab hier okay gut dann hätten wir auch das geschafft Nordafrika hatten wir schon abgeschlossen jetzt haben wir noch ein bisschen Geld mit den Italienern was wir uns aufgehoben haben ähm allerdings haben wir jetzt auch alles bewegt und dann sparen wir das einfach ich wollte doch ich hätte doch zwei Sachen nicht machen können ich konnte noch irgendwo anders Upgrades vergeben die ich wo war das gewesen das hab ich vergessen wir sparen das mal die Deutschen haben noch 325 MPP wir könnten ihm ein bisschen mehr Reichweite geben wir warten mal bis das bis die Advanced weiter durch sind dann können wir das auf einmal machen wir haben ah wir haben doch irgendwie Forschung freigekriegt nämlich das hier und das hauen wir auch gleich wieder rein das ist nämlich wichtig und damit war es das dann auch schon dann können die Deutschen nochmal äh Garnition kaufen noch eine Garnition dann können auch die anderen nochmal hier weil die Deutschen sind halt am günstigsten die kostet nur 42 und noch eine Garnition und noch eine Garnition dann haben wir erstmal Garnition en masse und das hilft uns dann hier auch beim Vorschluss beim weiteren sonst zählen wir nochmal die Einheiten nein falsches Fenster Russland deutlich unter 30 jetzt 24 nur 1 2 3 4 5 6 7 8 19 11 12 13 14 15 16 hier ist einer 17 18 19 Alter das sind fast alle Einheiten da hat irgendwo noch irgendwo da noch eine stehen wir sehen fast alle Einheiten von ihm mit 20 Einheiten gezählt er hat 24 er hat nichts mehr also Lufteinheiten das können wir auch nochmal gucken ähm 1 das heißt er hat seine Bombe verkauft weil die haben wir nicht gesehen oder oder er hat sie nicht retten können weil die nur spawnen ich dachte aber der kriegt noch welche also der hat nur einen Jäger der hat noch 4 Schiffe die sind alle im Schwarzen Meer und der hat ähm 24 Einheiten naja klar wir haben das Hauptquartier auch rausgehauen aua aua sag ich da nur und auch bei den Briten sieht's dünn aus richtig dünn die haben halt nur die haben halt nur noch so viel ähm Luft äh gedöns deswegen haben die uns hier ähm zu schaffen gemacht das war ein Fehler von mir die Armee da so zu exposen aber jetzt müssen wir erstmal abwarten bis wir wieder hier ein bisschen stärker gewonnen haben dann stoßen wir nochmal vor und wenn der Vorstoß schnell genug ist dann sollten wir was reißen wir haben halt ein bisschen Pech gehabt hier im Mittelmeer dass der mir die Schiffe alle rausgehauen hat wenn wir jetzt einfach mal ein bisschen mehr mit den Schiffen wenn wir noch ein bisschen mehr ähm ein bisschen mehr äh mitmachen könnten und Schiffe hätten dann wäre das ja alles einfach aber hier steht ja hier steht noch ne Einheit ne hier hab ich vergessen hier steht noch ne Einheit das ist alles was er hat das heißt der kann eigentlich nächste Runde aufgeben weil wir werden eben wahrscheinlich alle seine Einheiten die werden wir rausnehmen die werden wir rausnehmen die werden wir rausnehmen die werden wir rausnehmen die vielleicht später die beiden werden wir rausnehmen die werden wir alle raus seit einer Evakuierte hier aber das hat er bis jetzt noch nie gemacht die hier werden wir rausnehmen die werden wir rausnehmen und äh ja das wird es dann ziemlich schnell gewesen sein ich will nochmal hier schauen ja nächstes Mal muss ich zwei Schrute gehen so hier können wir glaube ich gar nicht weiter wenn wir hier weiter gehen dann gehen wir aus der Supply Zone raus und dann kommen wir auch nicht mehr zurück das machen wir nicht bleibt da stehen so und ihr seht die Route ist jetzt schon abgezogen die war vorher hier bei Murmansk und jetzt muss er muss er hier rein fahren und sobald es gefroren ist im Winter kriegt er keine Einheiten mehr außerdem ist die Route jetzt länger also wir können viel viel besser plündern als vorher was natürlich auch machen so hier so gut noch noch eins eins, zwei, drei noch ein neues oder so ja genau wir hatten auch hier ein neues das wollte ich warte mal hier was haben wir denn hier von Verstörer ne Kreuzer stehen wir könnten noch mal das U-Boot hier reparieren vielleicht für das Mittelmeer das ist immer so ein bisschen bleibt dann das Herz stehen ob das auch äh funktioniert so 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 den müssen wir auch mal reparieren nicht dass er hier den irgendwie kaputt bombt oder so ja ich glaube das haben wir alles gemacht können noch mal ganz kurz in die MPPs schauen das haben wir das letzte Mal nicht gemacht also was haben wir hier wir haben auch nicht niedrige Verluste ne wir kriegen auch ein bisschen was auf den Deckel wahrscheinlich vor allen Dingen in Nordafrika das sind doch die Flieger halt die wir doch ein bisschen verheizt haben jetzt die letzte Zeit das ist richtig teuer aber wir verdienen immerhin noch mehr als wir verlieren und beim Russen sieht das schon anders aus ne der ist jetzt wieder deutlich ähm also erstens sind seine Einnahmen gesunken drastisch das ist wahrscheinlich weil wir die Minen eingenommen haben und auch einige Städte und auch die weil wir da oben abgeschnitten haben vielleicht ich weiß es nicht vielleicht hat sich da irgendwas resettet weil das ist na wir genau wir plündern auch relativ viel hier wie wir das sehen also wir plündern ungefähr die Hälfte oder mehr als die Hälfte von seinem von seinem Zeug müssen wir vielleicht noch intensivieren mit den anderen Überwasserbooten weil das scheint recht erfolgreich zu sein aber die sind noch ein bisschen geizig die Alliierten die geben ihm nur 60 ab wie kann das sein dass er 60 achso das ist was wir insgesamt geblendert haben und also er hat jetzt irgendwie noch was unter so bei 400 irgendwas hat er jetzt eingenommen hat aber über 1000 Schaden bekommen doch auch seine Züge sind nicht schadenlos ähm mit dem Flieger das war unnötig gewesen was ich da gemacht hab mit dem Jäger mit dem dass die Bomber da einfach reingeflogen sind dann halt die Amis forschen weiterhin nur ich glaub das ist auch ein Fehler das seh ich eigentlich bei fast allen dass man ich hab auch einmal die Alliierten gespielt durch so zweimal ähm man forscht 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 klar die Amis haben dann alles geforscht aber dann brauchen die noch richtig lange bis die bis die aufgrampt haben ich glaub ähm ne Mix wäre besser für die Alliierten also einfach auch mal zwischendurch ein paar Einheiten zu bauen so und mit den Briten hat er gar kein Geld zum forschen schon seit das wird ihm auf die Füße fallen also wenn er jetzt hier noch Flieger geforscht hat oder Infanterie ich weiß es nicht ähm wenn meine Jäger ähm dann bald Stufe 3 haben und er forscht hier nicht hinterher das war's dann gewesen das war's dann gewesen und man sieht auch er hat immer mehr oder sehr oft mehr Verluste als er dieses Mal keine als er einnimmt und da nimmt er ein 260 nimmt er ein ähm verbrät eigentlich alles in Einheiten bin ich mal gespannt wie das dann für ihn ausgeht sieht gut aus wir drücken hier aufs Knöpfchen das weiter geht wieder zu viel gelabert über eine Stunde schon so die haben sich die persischen Ölfelder jetzt gesichert die Briten und ja die Italiener haben endlich äh die zweite Luftabwehr wäre schön gewesen wenn sie es dieses Mal schon gehabt hätten ähm wir kriegen ja ein bisschen abgeplündert kriegen ja trotzdem ordentlich ähm Italiener zahlen noch äh ihre Expansionsarmee ab aber Expeditionsarmee ich sag's immer falsch aber auch das wird ja genau vorbei sein und ich freue mich wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet bis dahin ciao tue ja ich